hallo leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen video ich hoffe man kann mich einigermaßen verstehen es ist recht windig wir sind gerade in berlin unterwegs sind jetzt unterwegs zur u-bahn danach geht es zum alexanderplatz und schauen uns da mal ein bisschen um wenn ich sage wir dann meine ich mich und ein storch unseren kniekranken ja wir laufen jetzt noch ein bisschen in die richtung da vorne irgendwo müsste der bahnhof sein da oben sieht man auch schon die das ist auch video da oben ist auch schon die bahngleise und dann würde ich sagen sehen wir uns am alexanderplatz wieder so wie man gerade unschwer erkennen konnte sind wir jetzt am alexanderplatz angekommen stehen jetzt vor dem fernsehturm und schauen jetzt mal dass wir da irgendwie hochkommen ich zeige es euch mal für alle die es nicht kennen da soll es hoch sein willkommen im berliner fernsehturm wir bringen sie nun zum höchsten punkt berlins auf 203 meter zur aussichtsetage verlassen sie den aufzug bitte nach links für unser restaurant verlassen sie den aufzug bitte nach rechts wir wünschen ihnen eine schöne aufenthaltung für die observation deck please exit the elevator to the left for our restaurant please leave the elevator to the right we wish you a pleasant stay so 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt wieder am Fuße von Berlin. Hinter uns liegt der Alex Blatt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung hier. Ich hoffe, dass das verständlich ist, weil hier ist echt windig. Wir sind jetzt unterwegs zum Computerspielmuseum. Schauen da mal kurz rein. Wir haben uns die Berlin-Card geholt. Da kriegen wir einen freien Eintritt. Das müssen wir natürlich mal ausnutzen. Und das liegt ungefähr auf dem Weg, also was heißt ungefähr, das liegt auf der Hälfte zum Stasi-Museum. Und da, glaube ich, wird es dann richtig interessant. Aber jetzt haben wir erst mal zwei Kilometer Fußmarsch vor uns. Und sehen uns dann gleich wieder beim Computerspielmuseum. So, Leute. Mittlerweile sind wir im Computerspielmuseum. Wir fahren hier gerade ein Auto um, wie man hier gut sehen kann. Ich fahr die falsche Richtung. Ich fahr die falsche Richtung. Geh um. Oh mein Gott. Leute, ich lasse euch das mal anschauen. Moment. Ich fahr dich um die Kamera. So. Oh, 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 oh. Kurz vor dem Checkpoint stehen geblieben. Genau. Da stand you loose. Ich hab gewonnen. Das ist verloren. Ich hab gewonnen. Das ist meine Ding runtergefallen. Moment. Aber auf jeden Fall kann man hier umsonst Endspiele spielen. Also umsonst nicht. Aber es ist witzig. Also da hat mein Vater gerade Haus hoch verloren. Da hab ich vorhin auch 30, ne 31 Flieger abgeschossen. Schauen wir mal, was es hier noch zu sehen gibt. Wo einen alten Mann noch schlagen können. So, hier sieht man die ganzen Konsolen. Und hier sieht man jemanden, der davon überhaupt keine Ahnung hat. Amiga 500. Gut, ich glaub Nintendo sollte jeder kennen. Aber das ist schon richtig, richtig geil. Also ich möchte nicht wissen, was hier für Werte stehen. Das schaut ja auch abenteuerlich aus. Das ist sowas wie VR. Das ist VR. Hast du eine Ahnung, was du da machst? Nö. Deine Frau haben auch nichts verloren. So, ich versuche jetzt mal, hier ein bisschen Donkey Kong zu spielen. Ne, das kann ich nicht spielen. Ich hab sonst keine Hand frei. Guck mal, das könnte man höchstens. Keine Ahnung, ob ihr da noch was seht. So, ich guck mal, bleib stehen. Und bleibt jetzt die Kamera nicht stehen. So, jetzt. So. Sieht man was? Keine Ahnung, ob ihr mich sehen könnt. Okay, ich schaff's nicht. Auf der Switch ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Aber ich glaube das Spiel sollte auch jeder kennen, Donkey Kong. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt spüren wir mal ein bisschen ein Klassiker. Super Mario Bros. neben Alf. Das ist auch echt geil hier mit den Zimmern nachempfunden. So, wir sind raus. Es ist immer noch mega windig. Dahinten schaut's aus, als wenn irgendetwas kommt. Wir müssen jetzt weiter in die Richtung. Wenn das so weiter geht, muss ich echt noch ein Mikrofon rausholen. Hier könnt ihr nochmal das Museum sehen. So, und wir schauen jetzt mal weiter in die Richtung. Und ich hoffe, dass man mal verstanden hat, was ich gesagt habe. Weil es ist echt grad übelwindig. So, wir kommen dem Stasi-Gebäude immer näher. Da ist der Feind eines jeden Irbexers. Bau-Watch. Auch das gibt's hier. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Stasi-Museum finden. So, also ich wollte euch nochmal den Lost Place des Todes zeigen. Und zwar ist das das komplette Teil hier. Das ist alles leer. Das ist alles Lost. Komplett. Komplett überwacht. Also kein Reinkommen. Wo wir allerdings reinkommen, ist das Gebäude hier. Das ist nämlich die damalige Zentrale von der Stasi. Und da schauen wir jetzt rein. So, wir sind jetzt hier im Haus 1. auf der Ministeretage. Hier müsste dann auch gleich das große Hauptbüro kommen. Das ist es schon mal nicht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.